Gut, kommen wir jetzt zum nächsten kleineren, schwierigeren Schritt. Eigentlich von der Rechnerei weniger, sondern ein bisschen vom Überblick behalten. Das sind inhomogene Bauteile. Inhomogene Bauteile habe ich eigentlich immer da, wenn Holz mit ins Spiel kommt und wenn man da sich auch mal im Tabellenbuch anschaut, wie da die Formeln sind, rechts das Skript, links das Tabellenbuch, dann ist die, wie soll ich sagen, die Bemühung ist erkennbar im Tabellenbuch, dass durch diese Abbildungen, die Sie da unten rechts sehen oder auch im Tabellenbuch auf der Seite, das ist ja aus dem Tabellenbuch rauskopiert. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Abbildungen helfen zu verstehen, wie inhomogene Bauteile berechnet werden. Mir hat das jetzt nicht so besonders viel geholfen damals als Student, diese Abbildungen. War doch ein bisschen sehr verkopft, fand ich das Ganze. Insofern, okay, das ist das Rechenverfahren, wie Sie es auch in der Norm finden, letzten Endes. Deswegen ist es auch dargestellt. Aber wenn man einmal verstanden hat, wie es funktioniert, dann wird erstens auch diese Formel ein bisschen logischer für Sie, aber Sie können sich auch selber herleiten, wie Sie da vorgehen. Dazu soll dieses Beispiel hier dienen. Wir werden das mal grob Schritt für Schritt berechnen, weil es ist wie ein Kochrezept. Also es ist eigentlich ein inhomogenes Bauteil richtig zu berechnen, den U-Wert eines inhomogenen Bauteils richtig zu berechnen, ist ein Kochrezept. Und das funktioniert eigentlich in vier Schritten. Wir haben den Schritt 1, das ist, wir müssen ein paar Eingangswerte bestimmen. Schritt 2 ist, wir müssen den sogenannten oberen Grenzwert berechnen, der wird abschnittsweise gebildet. Der dritte Schritt ist dann der untere Grenzwert, der wird schichtenweise gebildet. Und dann rechnen wir das beides zusammen in einem vierten Schritt. Und wird noch eine Kontrolle dazwischen durchgeführt. Aber das sind eigentlich immer die gleichen vier Schritte, die wir durchführen müssen. So, das ist in einem Video erklärt. Das erkläre ich Ihnen jetzt hier nochmal anhand dieses Beispiels nochmal kompakt. Und dieses Rechenverfahren, klar, später wird das für Sie der Computer übernehmen, aber es geht ja darum, dass Sie den auch kontrollieren können müssen. Das heißt, so ein bisschen Handrechnung, inhomogenes Bauteil müssen Sie auch beherrschen. Das werden wir auch im ersten Testat ein bisschen hinterfragen, ob Sie das rechnen können. Insofern, das ist wie, keine Ahnung, Singen, Tanzen, Fußball, eine Übungssache. Okay, Fußball hat ein bisschen mit Talent zu tun auch. Der Rest auch mit Sicherheit, genauso wie hier auch sicherlich, aber das ist Übungssache. So, wie funktionieren jetzt inhomogene Bauteile, wie funktioniert dieses Kochrezept? Das erste und kein unwichtiger Schritt ist, sind sozusagen die Bestimmung der Eingangswerte, das Systematisieren des Bauteils. Wenn wir uns mal da oben die Außenwand anschauen, dann sehen wir, dass sich da gewisse Bereiche immer wieder wiederholen. Ja, das heißt, der erste Schritt besteht darin, sich das Bauteil anzuschauen. Und wenn es ein Dach ist, dann sind das vielleicht keine Stahlbetonstützen, sondern dann sind das die Sparren, die Holzbalken. Und dann rauszufinden, okay, welche Abschnitte gibt es denn in meinem Bauteil, die sich immer wieder wiederholen und die für sich genommen homogene Bauteile sind. Das heißt, wenn wir uns die Außenwand jetzt anschauen, dann sehen wir, wir könnten eigentlich ein Messer nehmen und so durchschneiden. Und wenn wir dann den Abschnitt A uns rauspicken und nur den Abschnitt A betrachten, dann ist das ein homogenes Bauteil. Genauso für den Abschnitt B. Für sich genommen ein homogenes Bauteil. Und ein inhomogenes Bauteil wird daraus, dass A und B eben gemischt ist. Jetzt könnte man erst mal auf die Idee kommen, naja gut, dann berechne ich einen Mittelwert. Ja, ich rechne mir aus, wie viel Fläche gibt es von Abschnitt A und wie viel Fläche gibt es von Abschnitt B. Kann man machen, auf die Idee kann man kommen. In manchen Büchern, gerade aus dem Berufsschulbereich, ist das auch so erläutert. Nur man macht einen Fehler, der mehr oder weniger groß ist. Das hängt davon ab, wie unterschiedlich diese Abschnitte tatsächlich sind. Kommen wir später nochmal drauf zurück, warum da ein Fehler passiert und wo der passiert. Also erstens, wir müssen, klar, die Materialien bestimmen, die Wärmeleitfähigkeit der Materialien bestimmen. Das sehen wir hier auch. Tabellenbuch, nachgucken, fertig. Und wir müssen, und das ist der wichtige Schritt eigentlich hierbei, wir müssen die Abschnitte festlegen. Also für sich genommen homogene Abschnitte herausfinden. Und bei meinem Beispiel jetzt hier, bei meinem einfachen Beispiel, sind es zwei Abschnitte. Es gibt immer inhomogene Bauteile, die bestehen vielleicht aus vier oder aus sechs verschiedenen Abschnitten. Das ist völlig egal, das Kochrezept ändert sich nicht. Die Herausforderung besteht nicht darin, das Kochrezept gut nachzuvollziehen, sondern den Überblick zu behalten. Also egal, ob das jetzt zwei Abschnitte sind oder sieben, das Kochrezept bleibt das gleiche. Und ich lege jetzt die Abschnitte fest, A und B bei mir und berechne dann den Flächenanteil des Abschnitts A am Gesamtbauteil und den Flächenabschnitt B. Da ist schon ein kleiner Fehler. So Abschnitt B, den Flächenanteil des Abschnitts B am Gesamtbauteil. So, man könnte also sagen, der Abschnitt A nimmt 28,6% ein. Der Abschnitt B 71,4%. Ja, also sie bestimmen einfach, wie groß ist der Anteil am Gesamtbauteil der Abschnitte. Soweit noch nichts schweres. So, das sind die, und wir gucken uns auch schon an die Schichten. Ja, also wie viele verschiedene Schichten hat denn mein Bauteil? Das heißt, mein Bauteil hat zwei Schichten, von innen nach außen betrachtet. Die Schicht 1, das ist die Schicht, die tatsächlich inhomogen ist. Ja, die Schicht 1 besteht nämlich aus zwei verschiedenen Materialien. Und die Schicht 2, die Schicht 2 ist homogen. Kann ich mir hier schon dran schreiben oder später? So, das wäre vielleicht auch noch eine vorbereitende Sache, dass man die Schichten nummeriert. So. Nächster Schritt, Kochrezept, ist die Bestimmung des oberen Grenzwertes. Und der obere Grenzwert, lassen wir das mal so offen, der wird abschnittsweise gebildet. Abschnitte, ja, muss ich immer noch dran erinnern, was das waren, die Abschnitte A und B bei mir. So, was ist der erste Schritt? Ich berechne jetzt den Wärmedurchlasswiderstand jedes Abschnitts. Das heißt, der Schritt 1 besteht jetzt darin, ich berechne den Wärmedurchlasswiderstand des Abschnitts A. Wärmedurchlasswiderstand, nicht Wärmedurchgangswiderstand. Entschuldigung, auch wieder ein Druckfehler. Meine Güte, Durchgang. Durchgangswiderstand. Das ist so, wenn der Schuss beginnt, nach hinten loszugehen, wenn zu viele Fehler drin sind. Also, Wärmedurchgangswiderstand jedes Abschnitts. Ja, also inklusive der Übergangswiderstände, RSI und RSE. So, der Wärmedurchgangswiderstand des Abschnitts A. Besteht also darin, ich habe innen angefangen, meinen Übergangswiderstand Innenseite 0,13. Jetzt kommt die Schicht 1 in Abschnitt A. Schicht 1 in Abschnitt A. Ist das hier. Ja, ist also meine Stahlbetonstütze. Wärmedurchlasswiderstand. Dicke durch Lambda. Dicke der Schicht 1 in 24 cm. Wärmeleitfähigkeit Stahlbeton 2,5. Jetzt kommt Schicht Nummer 2 in Abschnitt A. Das ist die äußere Wärmedämmschicht. Dicke durch Lambda. Dicke 5 cm, also 0,05 m. Durch Wärmeleitfähigkeit 0,035. Und dann der Übergangswiderstand auf der Außenseite 0,04. Also die ganz normale Berechnung eines homogenen Bauteils. Erhalte ich 1,695 Quadratmeter Kelvin pro Watt. Das ist der Wärmedurchgangswiderstand des Abschnitts A. Alles was, alles bekannt. Das gleiche mache ich jetzt für meinen Abschnitt B. Auch wieder Übergangswiderstand auf der Innenseite 0,13. Plus Schicht Nummer 1, Abschnitt B. Nehmen wir ein anderes Blau. Das ist jetzt hier mein Mauerwerk. Dicke durch Lambda. Dicke 0,24 ist wieder das gleiche. Lambda 0,56 für Mauerwerk. Plus Wärmedurchlasswiderstand Schicht Nummer 2, Abschnitt B. Das ist das gleiche wie in Abschnitt A, weil das ja die homogene Schicht ist. 0,05 durch 0,035. Und auf der Außenseite wieder der Wärmeübergangswiderstand 0,04. So, ist also der Wärmedurchgangswiderstand 2,027 insgesamt. Und das mache ich mit jedem Abschnitt. Wenn ihr Bauteil also sieben Abschnitte hat, dann machen sie es halt siebenmal. Ja, mein Bauteil hat zwei Abschnitte, mache ich es halt zweimal. So, und jetzt kommt das Flächen-, der Mittelwert sozusagen. Jetzt kommt die Berechnung des oberen Grenzwertes, indem ich jetzt hingehe. Jetzt machen wir mal, das hier ist A, das wäre B. Indem ich jetzt hingehe, den Flächenanteil A, dividiert durch den Widerstand des Abschnitts A, plus den Flächenanteil B, dividiert durch den Widerstand Abschnitt B. So, und dazu gibt es jetzt eine kleine Erläuterung. Warum ich nämlich da, warum rechne ich nicht Flächenanteil mal Widerstand? Warum rechne ich mit dem Kehrwert? Ja, das heißt, da gucken wir jetzt nochmal hin. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere, ich habe ja hier einen Widerstand RTA und daneben habe ich einen anderen Widerstand RTB. Und zwar sind die nicht hintereinander, also in Reihe geschaltet. Wenn es jetzt Elektrotechnik wäre, sähe das Schaltbild so aus. Die Widerstände sind parallel geschaltet. Ja, das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt sage, ich habe zwei Widerstände, die in Reihe geschaltet sind. Dann kann ich die einfach addieren. Das hatten wir ja gesagt. Wenn die aber parallel geschaltet sind, dann kann ich nicht mit den Widerständen direkt rechnen, sondern, und da erinnert sich vielleicht, weiß ich nicht, 1%, 10% an das sogenannte Kirchhoffse-Gesetz. Das nämlich, ist auch wurscht, wie das Ding heißt, Das heißt, dass wenn Sie mit parallel geschalteten Widerständen arbeiten, egal ob das elektrische Widerstände oder thermische Widerstände sind, muss ich mit den Kehrwerten der Widerstände rechnen. Also der Gesamtwiderstand wäre jetzt hier in dem Beispiel, das wäre der Gesamtwiderstand, Und zum Schluss muss ich natürlich wieder den Kehrwert bilden, sonst kommt ja kein Widerstand raus. Ja, das wäre der Gesamtwiderstand RTA und RTB. Aber, da fehlt ja noch der Flächenanteil. Ja, dann erst habe ich ja den flächengewichteten Widerstand. Ich habe ja jetzt nur RTA ist ja in der Einheit Quadratmeter Kelvin pro Watt. Wie viel Quadratmeter es davon gibt, weiß ich ja noch nicht. Das steckt ja wiederum in dem Flächenanteil drin. Das heißt, ich muss die Formel so aufbauen und so sehen Sie sie dann auch. Also dieses 1 durch, Sie können es auch anders schreiben, FA mal 1 durch RTA plus FB mal 1 durch RTB. Das wäre der gemittelte Widerstand. Ich muss mit den Kehrwerten der Widerstände arbeiten, weil die parallel geschaltet sind. Ja, und das ist in der Elektrotechnik das Gleiche, das ist in der Wärmelehre das Gleiche. Ich darf nicht einfach mit der Proportionalität arbeiten, sondern muss mit den Kehrwerten arbeiten. Deswegen sieht die Formel so ein bisschen komplizierter aus, aber eigentlich auch nicht. Also ich muss mit den Kehrwerten rechnen. Sie sehen es hier, 1 durch, Klammer auf, FA durch RTA plus FB geteilt durch RTB. Die Zahlen eingesetzt, kommt raus. Ein oberer Grenzwert von 1,919. Das wäre das Ergebnis, wenn Sie sagen, ich mache einfach mal einen Mittelwert. Ja, das wäre der Mittelwert. Dann machen Sie einen Fehler. Über den reden wir gleich. So, gibt es Fragen zu dem Schritt, zu der Stufe des Kochrezeptes? Schwierig? Mathematisch schwierig? Nö, ist eine Formel. Einsetzen, ausrechnen, fertig. Überblick behalten ist da das Zauberwort. Das heißt, wenn Sie ein Bauteil haben mit sieben Abschnitten, müssen Sie halt siebenmal das Gleiche machen. Ja, siebenmal. Also, FA durch RTA plus FB durch RTB plus FC durch RTC und so weiter. Also, je nachdem, wie viele Abschnitte ihr Bauteil halt hat. Nächster Schritt des Kochrezeptes. Unterer Grenzwert, ein schichtenweises Vorgehen. Jetzt gucken wir uns Schicht für Schicht an. Und jetzt bestimmen wir für jede Schicht den Durchlasswiderstand. Jetzt stimmt das Wort. So, fangen wir mit der Schicht 1 an. Und Sie fragen sich jetzt bei jeder Schicht, ist das eine inhomogene Schicht oder eine homogene Schicht? Und die Schicht Nummer 1 ist bei uns eine inhomogene Schicht. Ja, die bestand ja aus Mauerwerk und Stahlbeton. Das ist die Schicht 1. So, und wenn das eine inhomogene Schicht ist, muss ich einen mittleren Wärmedurchlasswiderstand dieser Schicht berechnen. Wir gucken uns jetzt gleich an, wie das gerechnet wird. Jetzt gucken wir uns erstmal an die Schicht 2. Schicht 2 ist eine homogene Schicht. Ja, und eine homogene Schicht Schicht, den Durchlasswiderstand einer Schicht, die können Sie berechnen, ist Dicke durch Lambda. Ja, nichts anderes steht da. R2, Widerstand 2, Dicke 2 durch Lambda 2. 0,05 durch 0,035. 0,05 durch 0,035. So, wenn ich jetzt aber bei Schicht 1 einen Mittelwert bilden will, ja, ich brauche wieder einen mittleren Widerstand von parallel geschalteten Widerständen. Dann muss ich mit den Kehrwerten rechnen. So, deswegen steht da, jetzt gucken wir uns mal in Ruhe diese Formel an. Fangen wir oben links an. 1 durch, große Klammer auf. Flächenanteil des Widerstands in Schicht 1, Abschnitt A. So, das Ding suchen wir jetzt mal. Dicke 1 durch Lambda 1. Den haben wir schon mal berechnet. Schicht 1, Abschnitt A. Schicht 1, Abschnitt A ist meine Stahlbetonstütze. Ja, hier. Upsa. Blau. Das Ding. Das ist damit gemeint. So. Entschuldigung. Verrutscht. Dicke 1, Lambda 1. Das ist meine Stahlbetonstütze. 24 cm ist die Schicht dick. Lambda von Stahlbeton 2,5. Das Ganze multipliziert mit dem Flächenanteil Abschnitt A. Ja, der Kehrwert nicht vergessen. Deswegen steht da der Kehrwert. Also F A durch Widerstand. Widerstand, Dicke durch Lambda. Jetzt kommt Abschnitt B. Flächenanteil B. Jetzt bin ich immer noch in Schicht 1, aber Abschnitt 2, Abschnitt B, Entschuldigung. Das heißt, da bin ich jetzt bei meinem Mauerwerk. Dicke bleibt die gleiche, 24 cm. Die Wärmeleitfähigkeit von Mauerwerk 0,56. Das heißt, die Logik dahinter ist genau die gleiche. Mittelwert von Widerständen, ich muss mit den Kehrwerten arbeiten, muss das mit den Flächenanteilen entsprechend gewichten. So, eingesetzt, ausgerechnet, erhalte ich einen mittleren Wärmedurchlasswiderstand, der Schicht 1 von 0,215. Die Wärmeübergangswiderstände kommen an der Stelle noch nicht dazu. Ich rechne ja schichtenweise. Schicht 1, Schicht 2, Schicht 3, Schicht 15, 16, 17, egal wie viele Schichten es gibt. Und als letzter Schritt mache ich jetzt, berechne ich den unteren Grenzwert, indem ich die Übergangswiderstände dazu packe. Ja? Übergangswiderstand innen 0,13 plus, jetzt gehen wir die Farben aus, R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5, je nachdem wie viele Schichten sie haben, plus den Übergangswiderstand auf der Außenseite. Und ich erhalte wieder einen Wärmedurchgangswiderstand. Und zwar als unteren Grenzwert. Und jetzt ist auch klar, warum das Ding unterer Grenzwert heißt, weil der Wert ist immer kleiner als der des oberen Grenzwerts. Grenzwertes. So, Frage. Der Schritt unterer Grenzwert, ist der klar? Ist der schwierig? Man muss es ein bisschen üben. Ja? Wie gehe ich vor? Ich gucke mir die Schicht 1 an, frage mich erstmal, ist die homogen oder nicht? Wenn sie inhomogen ist, muss ich so einen Mittelwert bilden. Immer an den Kehrwert denken. Wenn die Schicht homogen ist, berechne ich den Durchlasswiderstand ganz normal, dicke durch Lambda. Und zum Schluss den Wärmedurchgangswiderstand berechnen, indem ich noch die Übergangswiderstände dazu packe. Jetzt erfolgt eine Kontrolle. Diese beiden Werte dürfen nicht zu weit auseinander liegen. Die dürfen nicht zu, also das Bauteil darf sozusagen nicht zu inhomogen sein. Dann wäre der Fehler zu groß. Weil das, was ich hier mache, ist immer noch ein Handverfahren, ein Näherungsverfahren. Ich mache immer noch einen Fehler. Der muss aber in Grenzen bleiben. Insofern sagt die Norm, der Quotient aus oberem und unterem Grenzwert darf nicht größer als 1,5 werden. Liegt bei mir bei 1,06. Passt also. Das ist die Kontrolle. Und jetzt kann ich als letzten Schritt tatsächlich den Gesamtwärmedurchgangswiderstand und den U-Wert meines Bauteils insgesamt berechnen, indem ich einfach das arithmetische Mittel berechne. Ich nehme einfach den Mittelwert zwischen dem oberen und unteren Grenzwert, also 1,91 plus 1,81 durch 2, erhalte ich dann einen Wärmedurchgangswiderstand meines Bauteils von 1,866 oder einen U-Wert von 0,54. Kehrwert. So berechne ich inhomogene Bauteile. Und warum in Teufels Namen so weit liegt das doch nicht auseinander? Klar, wenn man nur das arithmetische Mittel rechnet, mache ich einen Fehler, weil ich den Widerstand überschätze und dann liege ich nicht mehr auf der sicheren Seite. Dann wäre mein U-Wert zu günstig, wenn ich jetzt nur den oberen Grenzwert nehmen würde. Auf die Idee könnte man ja als erstes kommen. Und was ich da vernachlässige, ist folgendes. Wenn wir jetzt mal ganz nah ran zoomen, sozusagen, auch physikalisch, und gucken uns mal an, wie verläuft denn so ein Wärmeteilchen? Das gibt es zwar nicht, aber wir stellen es uns mal vor. Was genau in der Mitte in einem Abschnitt liegt. So, dann verläuft der Wärmestrom, die Wärmestromrichtung, genau senkrecht durch mein Bauteil durch. So wie es bei homogenen Bauteilen auch wäre. Das heißt, genau in der Mitte eines Abschnitts habe ich eine Symmetrieachse. Dann wird der Wärmestrom immer so aussehen. Ansonsten ist das Wärmeteilchen genauso faul wie ich selber und geht den Weg des geringsten Widerstands. Das heißt, es wird immer verstärkt durch die Bauteile gehen, schneller abfließen oder mehr abfließen oder die Wärmestromdichte wird höher sein, die eine bessere Wärmeleitfähigkeit haben, eine größere Wärmeleitfähigkeit haben. Da wird das Wärmestromteilchen lieber durchgehen. Und das wäre mein Stahlbeton. Das heißt, genau an der Grenzfläche hier wird mein Wärmestrom lieber so da durchgehen. Entschuldigung. Wird so da durchgehen. Und wenn ein Wärmestromteilchen hier in mein Mauerwerk reingeht, dann will es eigentlich möglichst schnell hier in das besser Wärmeleitende Material abfließen. Ja, weil der Weg ist einfacher. Ja, es wird immer so ein bisschen auch dahin gezogen. Also es will immer den Weg des geringsten Widerstands gehen. Hier, das wird dann so ein bisschen auch in die Richtung abschwenken. Das heißt, in dem Bereich hier wird mehr Wärme abfließen. Mehr Wärmeabfluss heißt größerer Wärmetransport. Größerer Wärmetransport heißt kältere Oberflächentemperatur. Ja, ich brauche eine Temperaturdifferenz, um einen Transportmechanismus auszulösen und umgekehrt. Und wenn ich mir jetzt diese Pfeile anschaue und jetzt picke ich mir einfach mal einen raus und sage, ich gucke mir jetzt mal den Pfeil hier an, den Vektor. Dann hat er eben auch diese Horizontalkomponenten, ja, dass er eben schräg verläuft und nicht senkrecht durchs Bauteil. So wäre der reale Wärmestrom. Wenn ich jetzt tatsächlich ein Messer nehmen würde und ich würde mir jetzt diese Mauerwerksscheibe da wirklich rausschneiden, ja, wenn ich also wirklich könnte und einfach mal so, dass da abschneiden würde. Wie sähe dann der Wärmestrom aus? Naja, der wäre immer senkrecht. Wenn ich wirklich abschneiden könnte und verhindern könnte, dass Wärme über die Stahlbetonstütze abfließt, dann hätte ich nur senkrechte Komponenten und keine schrägen Komponenten. Und die würde ich vergessen, wenn ich nur das arithmetisch, wenn ich nur den Mittelwert bilden würde, ja, dann würde ich diese Horizontalkomponenten quasi oder diese schrägen Komponenten vergessen oder unterschlagen. Deswegen kann ich es nicht so einfach rechnen und jetzt nur den oberen Grenzwert betrachten, weil ich habe mehr Wärmeabfluss. Deswegen unterschätze ich auch den Wärmestrom oder ich überschätze den Widerstand. Deswegen muss ich mir etwas mehr Mühe geben und im Handrechenverfahren dann nach diesem Kochrezept vorgehen. Das ist der Grund, warum man da einen Fehler machen würde. Und der Fehler ist bei solchen Bauteilen, wo die Wärmeleitfähigkeit der inhomogenen Schicht der Materialien ist ja nicht so riesig unterschiedlich. Also zwischen Stahlbeton, Wärmeleitfähigkeit 2,5 und Mauerwerk 0,56. Der Unterschied ist groß, aber jetzt nicht so riesig. Und der Flächenanteil derjenigen ist jetzt auch nicht riesig groß. Aber wenn das ein sehr stark inhomogenes Bauteil ist, wird der Unterschied viel größer und der Fehler, den ich machen würde, auch. Deswegen muss man nach diesem Kochrezept inhomogene Bauteile rechnen. Später macht das für Sie natürlich der Computer. Das ist klar. Aber Sie müssen ihn ja kontrollieren können. So, das ist das Kochrezept für inhomogene Bauteile und das müssen Sie üben. Ja, wie Kochen auch. Kochen ist jetzt kein Talent, sondern wenn man sich ans Rezept hält, müsste es eigentlich immer klappen. Genauso ist es bei inhomogenen Bauteilen auch. Also auch da finden Sie im Aufgabenbuch zahlreiche Bauteile. Gucken wir da nochmal rein. Ja, hier unten die Dächer zum Beispiel. C und D, das sind inhomogene Bauteile. Die können Sie rechnen. Da war die Aufgabenstellung sogar so nett und hat Ihnen direkt die Flächenanteile mit dran geschrieben. Ja, das Bauteil können Sie auch im Skript rechnen. Da gibt es nämlich dann ein Video zu, wie wir es gelöst haben. Das können Sie sich auch selber angucken. Genau das Gleiche, die gleiche Aufgabe. Und wenn Sie es auf die Spitze treiben wollen, dann rechnen Sie die Aufgabe 13 hier. Die hat nämlich ein paar mehr Abschnitte. Ja, das ist jetzt so eine isometrische Darstellung eines Flachdachs mit einem Trapezblech auf der Außenseite. Also das ist so ein bisschen eine anspruchsvollere Aufgabe, die dann auch zum Beispiel im Tutorium vorgerechnet wird. So, und das ist jetzt auch wieder Ihr Job. Ja, Hausaufgaben gibt es ja nicht mehr. Wie Muskeltraining. Wenn man nicht trainiert, darf man sich nicht beschweren, dass man keine Muskeln hat. Insofern ist das hier genauso. Und klar, Sie müssen für Statik üben und für Mathe üben. Shit happens. Ja, so ist das Leben. Und genau so ist das eine Übungssache, inhomogene Bauteile einfach mal zu rechnen. Ganz klar mal mit auf den Weg gegeben. Solche Bauteile, wie Sie jetzt hier links sehen, die rechnen Sie nicht mehr von Hand. Das ist mir schon klar. Aber überschlagsmäßig solche Dächer zu berechnen, das gehört schon zum Handwerkszeug dazu. Also das ist quasi die Pflicht, solche Bauteile zu rechnen oder rechnen zu können. Solche hier von Hand rechnen, das wäre was für eine Klausur, wenn wir denn eine schreiben würden. Aber da wir keine schreiben, ist das eher eine Aufgabe, die geeignet ist, um das grundsätzliche Prinzip dieses Rezeptes, dieses Kochrezeptes zu lernen. Also gucken Sie es sich an, je nachdem, wie viel Zeit Sie haben, würde ich mal sagen. Ansonsten finden Sie noch zahlreiche Bauteile. Jetzt muss ich hier mal verhindern, dass der Bildschirmschoner angeht. Moment. So. Muss ich mal abstellen. Ansonsten finden Sie zahlreiche inhomogene Bauteile. Hier ist noch ein inhomogenes Bauteil mit einer Holzvorsatzschale. Also gucken Sie es sich einfach mal an. Suchen Sie sich ein paar inhomogene Bauteile raus. Hier hinten kommen sicherlich auch noch welche. Da sind auch wieder irgendwelche Dächer. Also, das ist Ihr Job, das einfach mal sich anzuschauen. Und wenn man es verstanden hat, dann versteht man eigentlich auch erst, was im Tabellenbuch der Autor einem sagen will. Das ist nämlich auch nichts anderes. Dieses abschnittsweise Vorgehen und dann das schichtenweise Vorgehen und zum Schluss den entsprechenden Mittelwert bilden. Das ist es, da vorne ist es genau, da unten steht dann der Mittelwert direkt. Und wie man dann die abschnittsweise und die schichtenweisen Widerstände berechnet, ist dann da auch kurz und knapp erklärt. Sie müssen es üben, um es zu verstehen. So ist es halt. Gibt es dazu Fragen? Zum Kochrezept sozusagen. Gut. Dann gucken wir uns mal Konstruktionen an, Details an. Wo habe ich denn solche inhomogenen Bauteile? Und da muss man sagen, Dächer, Holzdächer sind eigentlich per se inhomogene Bauteile. Insofern finden Sie im Skript auch kurz und knapp erklärt. Das wird dann in Holzbau später natürlich noch mal aufgegriffen. Wie sind Holzdächer konstruiert? Und wichtig ist erstmal, dass man natürlich auch die Begrifflichkeiten kennen muss. Also was ist ein Sparren? Was ist eine Fürstbohle, eine Schwelle, eine Fürstlasche, Giebelanker? Ort, Gang, Fürst, Traufe? Also das sind Begriffe, die man so ein bisschen wie Vokabeln lernen muss, wenn man sie nicht kennt. Das ist das eine. Das andere ist, wie Dächer natürlich statisch konstruiert sind. Und da gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Sie sehen hier ein sogenanntes Sparrendach. Das funktioniert statisch gesehen wie ein Kartenhaus. Sie lehnen zwei Sparren aneinander. Fertig, hält. Können Sie den Dachraum überspannen, ohne dass Sie im Dachraum selber Stützen brauchen. Das ist der große Vorteil eines Sparrendachs. Anderes Prinzip ist ein sogenanntes Pfettendach, wo Sie die einzelnen Sparren auf Auflagerbalken auflegen. Nämlich auf Pfetten, sogenannte Pfetten. Das kann eine Mittelpfette sein, eine Firstpfette oder eine Fußpfette, eine Trauffette. Je nachdem, wo sich diese Pfette befindet. Befindet. Ja, also. Deutsche Sprache ist schwierig, gebe ich zu. Ja, also. Der Balken, der unten liegt, ist wie der Fuß unten. Deswegen nenne ich das Ding auch Fußpfette. Wenn das Ding irgendwo in der Mitte des Sparrens liegt, ist es die Mittelfette. Und wenn es ganz oben liegt, ist es die Firstpfette, der Firstbalken. So, und das ist jetzt tatsächlich ein Auflager. Ja, das heißt, der Balken, der Sparren, der auf den Pfetten liegt, ist ein Einfeldträger oder ein Durchlaufträger. Das hat jeweils Vor- und Nachteile. Das hängt natürlich von der Neigung des Dachs ab. Wenn wir uns da noch mal die statischen Systeme anschauen dazu, die dazu passen, dann haben wir gesehen, dass je flacher die Neigung ist, von oben nach unten, jetzt in den drei Abbildungen, nimmt die Neigung ja ab zur Horizontalen. Je flacher die Neigung wird, desto größer ist die Horizontalkraft, desto größer ist der Druck nach außen sozusagen. Und der Druck ist natürlich, steckt ja auch in den Sparren selber mit drin. Der muss über den Fußpunkt auch übergeben werden ans Auflager. Das heißt, Sparrendächer sind super geeignet bis zu einer gewissen Neigung und wenn die noch flacher geneigt sind, die Dächer, dann wird es schwierig für ein Sparrendach, an diesen Auflagerpunkten die Kräfte von Sparren zu übergeben an das Auflager. Also ich habe ein Problem mit den Auflagerpressungen in dem Fall. Gleichzeitig die Biegebeanspruchung von den ganz flach geneigten, also das untere System, die Biegebeanspruchung des Sparrens, weil was liegt an Auflast auf dem Sparren? Das ist Schneelast, das ist mal ein Dachdecker, der auf dem Sparren steht oder irgendwie eine Photovoltaikanlage. Das sind immer Vertikalkräfte. Das heißt, je flacher geneigt ein Sparren ist in einem Sparrendach, desto größer ist die Ähnlichkeit zu einem Holzbalken, der als Balken tatsächlich da liegt und über Biegung abträgt. Das heißt, es macht dann gar keinen großen Unterschied für den Sparren, wenn der sehr flach geneigt ist. Im Extremfall, der nächste Schritt ist dann halt der Biegebalken. Das heißt, ein Sparrendach, kann die Stärken vor allem ausspielen in einem bestimmten Neigungsrahmen sozusagen. Also so ab 30 Grad, 40 Grad, 45, 50 Grad super Systeme für Sparrendächer. Ich brauche keine Auflagerstützen in der Mitte, kann freispannen. Das ist ein großer Vorteil. Ist sehr materialökonomisch Sparrendach, da war sie weg, die Stimme. Sparrendach ist also sehr materialökonomisch. Nichts gibt es umsonst. Natürlich gibt es auch Nachteile von Sparrendächern. Und das ist immer dann der Fall, wenn Sie da ein Loch reinschneiden wollen. Wenn Sie zum Beispiel ein Dachflächenfenster haben möchten oder eine Gaube an das Dach anbauen möchten, dann hat ja der Sparren hier, ich brauche den ja als Widerlager vom anderen Sparren, habe ich ja ein Problem. Das heißt, ich muss dann die Kräfte quasi umleiten über so einen Wechsel. muss ich quasi um die Ecke führen. Das ist ein Problem. Wenn ich jetzt noch mehr Felder da ausschneiden will, desto größer wird dann die Biegebeanspruchung wieder dieses Wechselbalkens da oben. Und das sind ganz enorme Kräfte, die da zusammenkommen können. Das heißt, Öffnungen in Sparrendächern sind ab einer gewissen Größe der Öffnung ein Problem tatsächlich statisch gesehen. Das ist das Manko an Sparrendächern. Ein anderer Punkt, ich habe natürlich eine größere Anforderung an die Kraftübertragung im Auflagerbereich, weil ich eben diese Diagonalkräfte übergeben muss. Das heißt, entweder ich mache das so als Stahlbetonaufkantung links oben oder ich mache es als Stahleinbauteil rechts oben, dass ich so eine Halfenschiene, Halfenschiene ist dieses Teil hier, was ich damit einbetonieren kann. so ein Anker quasi, wo ich dann von oben einfach mit einer großen Schraubverbindung dann den Sparrenfuß, den Sparrenanker, also dieses Fußblech hier, das ist dann, wenn man es so dreidimensional um Gottes Willen zeichnen will, ist das so ein Blech, was dann hier so einen Winkel hat. Das heißt, hier kann ich dann mit der großen Schraube nach unten befestigen und hier an der Seite meinen Sparren dann festnageln oder auch wieder durchankern, wenn es große Kräfte sind. Das heißt, ich muss mir schon sehr viel Gedanken machen über die statische Kraftübertragung im Auflagerbereich oder mit so einer Holzkonstruktion, mit so einer aufgedoppelten, ja, mit so einem aufgedoppelten Holzelement, einer Fußschwelle, was ich einerseits am Sparren befestigen muss und so quasi so ein Widerlager bildet, was ich dann wieder auf die Stahlbetonaufkantung packe. Das Ganze muss auch höhenausgleichbar sein, Stichwort Bautoleranzen, ja, der Stahlbeton, der Rohbauer kann sicherlich nicht diese Aufkantung in einem Toleranzbereich von plus minus einem Zentimeter machen, das wäre schon sehr akkurat, sondern ich muss da zwei Zentimeter vielleicht unterfüttern im Auflagerbereich und dann habe ich durchaus noch ein anderes Thema, dass ich nämlich so etwas wie luftdichte Ebene, da sprechen wir dann noch drüber, um die Ecke führen muss. Also der Auflagerpunkt ist so eine gewisse Besonderheit beim Sparrendach. Aber an sich ein statisch wunderschönes System, ich brauche keine Stützen im Mittelbereich. Fettendach können Sie jetzt genau quasi das Umgekehrte denken. Die Stärken werden zu Schwächen und die Schwächen werden zu Stärken. Das heißt, ich bin sehr flexibel, was Öffnungen angeht zum Beispiel. Überhaupt kein Thema für Fettendächer. Ja, weil das ja jeweils Einzelbalken sind. Kann ich ja abschneiden. Ich brauche aber, und das ist der Nachteil, im Inneren meines Dachraumes brauche ich halt diese Auflagerkonstruktionen hier. Das ist jetzt eine reine Holzkonstruktion. Das sehen Sie in älteren Häusern, wenn Sie da vielleicht so ein Mehrfamilienhaus haben, dann sehen die Dachstühle durchaus so aus. Oder als mittelfette Kehlbalkenlage. Kehlbalken sind die Elemente hier, diese Diagonalen, das sind die Aussteifungen, erinnern sich ans Fachwerkhaus. Also auch das sind diese aussteifenden Elemente. Man kann aber auch die Mittelfette oder die Fürstfette, wenn da drunter eine Wand steht, kein Problem, dann kann die Fette auch auf einer gemauerten Wand stehen. Dann habe ich aber mitten im Dachraum irgendwo eine Wand rumstehen. Und ich muss mir Gedanken machen, naja, es ist ja ein mehrschichtiges System. Der Sparren liegt auf den Pfetten. Wo liegen die Pfetten auf? Das wären jetzt hier, hätte ich hier und hier ein Auflager. Das heißt, ich habe eigentlich immer so ein abgestuftes System. Erste Ebene ist der Sparren, zweite Ebene ist die Pfette. Die Pfette muss irgendwo drauf liegen, entweder auf so einem Holzstiel, einer Holzstütze oder auf einer gemauerten Querwand. Kann natürlich auch realisieren, dass ich hier eine Wand stelle zum Beispiel, kann ja auch durchgehen. Ja, eine gemauerte Wand im Dachgeschoss, kann hier eine Tür haben, kein Problem. Aber ich brauche im Inneren, die Pfette kann sicherlich nicht über 15, 16 Meter spannen. Dann kommt ein ordentlicher Oschi raus, irgendwie so 80 Zentimeter hoch, Brettschichtholz und so weiter. Dann kann der auch über 13 Meter spannen, aber das will ja auch keiner. Also insofern, Fettendach, statisch auch sauberes System, statisch bestimmtes System, alles tip top, aber ich brauche diese Zwischenauflage. Kann dafür, bin relativ frei, was Öffnungen angeht, ich bin relativ frei, was die Abstände der Sparren angeht. ich kann da gut Gauben dran anbauen. Also vielleicht geradezu zu Gauben kommt auch noch was. Da sind Gauben, wenn sie noch nicht wissen, was Gauben sind. Die sind ja letzten Endes, erstmal ist das ein Loch in meiner eigentlichen Sparrenebene. Hier muss ich ein Loch quasi erstmal schaffen, um die Gaube dann da drauf aufzusetzen. Und das kann ich bei einem Fettendach sehr viel einfacher als beim Sparrendach. So, hochgesprungen. So, das heißt, Holzdach, ich habe zwei grundsätzlich unterschiedliche statische Prinzipien, ich habe das Sparrendach und das Fettendach. Im Einfamilienhaus, ich brauche auch noch einen gewissen regelmäßigen Grundriss. Also wenn ich jetzt einen rechteckigen Grundriss habe, dann kann ich tatsächlich ein Sparrendach da aufziehen. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie hätten im Grundriss gesehen noch einen kleinen Anbau dran. Ja, und Sie wollen, wenn man es jetzt mal vielleicht, ich versuche es nochmal, dreidimensional zeichnet. Ja, wie soll denn da das Dach so aussehen, wenn es jetzt ein geneigtes Dach ist? Das heißt, ich kann natürlich, wenn ich jetzt sage, ich will ein Satteldach haben, klar, okay, kein Problem, wenn es ein Rechteckgrundriss ist, könnte ich einfach das Ding bis hier hinten durchziehen und dann, ja, wie geht es dann weiter, wenn ich jetzt hier vielleicht auch noch ein Satteldach haben will, ja, dann habe ich ja hier automatisch, wie sieht die Ecke aus, läuft das so dagegen, ja, können Sie sich das vorstellen, so halb, wenn ich jetzt überlege, wie laufen denn jetzt da die Sparren, alles wunderbar, kein Problem, kein Problem, kein Problem, könnte ich das paarweise anordnen, hier, könnte ich ein Sparrendach ausbilden, aber hier hinten wird es dann schwierig, ja, dann kann ich das hier auch wieder machen und in dem Bereich muss das alles dann aufgenommen werden durch diesen Kehlbalken, in der Kehle liegt wieder ein Balken, wo die Sparren dann aufliegen müssen, das heißt, das ist dann schwierig mit einem Sparrendach abzuwickeln tatsächlich, wenn die sich so gegenseitig paarweise abstützen müssen, das mache ich dann einfacher, indem ich hier dann diesen Kehlbalken auch wiederum tragend ausbilde, dann könnte ich hier wieder das Ding abstützen, mit einem Stiel nach unten, als oberes Auflager, dann bin ich vielleicht besser bedient mit einem Fettendach, dann könnte ich hier vielleicht sogar in der Höhe eine Mittelfette konstruieren, Ja, also das ist ein bisschen flexibler, also viel flexibler, was auch die Grundrissgestaltung eines Hauses angeht, ein Fettendach, als wenn ich so dieses paarweise Denken des Sparrendachs habe. Also bei nicht rechteckigen Grundrissen, bei flacher Dachneigung, wenn ich große Dachflächenöffnungen brauche, Gauben oder Dachflächenfenster, bin ich eigentlich beim Fettendach. So, was muss ich noch beachten? Ich muss die Dachscheiben aussteifen, nennt sich das. Das heißt, ich muss verhindern, dass dieses zum Beispiel dieses paarweise, diese paarweisen Sparren hier, die können ja umkippen. Wenn ich den ersten anstupse, dann fällt er um auf den nächsten wie so ein Dominostein. Das muss ich verhindern, indem ich die Dachscheiben aussteife. Und das mache ich, kann ich beim Sparrendach machen, durch sogenannte Wind, ey, was für Begriffe, Windrispen, Windzugbänder, Metallzugbänder, die ich da drauf nagle, kreuzweise, also Seile ist es letzten Endes, aber als Flachstahl gepresst, können aber nur Zugkräfte aufnehmen. Wenn ich dann hier oben noch Horizontalkraft ausübe, dann geht die hier rein in die Diagonale, die kann es runterziehen, ich habe wieder das Kräftepaar, das werden sie in Statik glaube ich schon gehabt haben, Kraftzerlegung, Vektorenzerlegung ist es letzten Endes und so kann ich dann Horizontalkräfte über solche Diagonalen, Winddiagonalen, Windrispen, Windverbände ableiten und dadurch insgesamt eine Dachscheibe aussteifen. Das kann ich so machen, mache ich üblicherweise so mit solchen Diagonalbändern, ich kann aber auch auf die gesamte Dachfläche Holz drauf schrauben und dann eine Plattenebene dadurch haben. Also auch wenn Sie sich vorstellen, ein DIN A4 Stierblatt, wenn Sie es ganz oft festkleben, dann ist das ein relativ starres Ding. Das kann ich bei einer Dachfläche auch machen, wenn ich vollflächig mit großformatigen Eindeckungen, das können Spanplatten sein, die ich von außen da drauf schraube, die Anzahl der Schrauben ist natürlich wieder ein statisches Thema, die Dicke der Platte ist ein statisches Thema, kann ich auch wieder so eine Dachscheibe herstellen und eine Aussteifung erreichen. Das ist so das Dritte, was man bei einem Dach beachten muss, statisch gesehen. So, dann habe ich natürlich in der Regel einen, also in der Regel, es kann sein, dass mein Dachraum genutzt wird. Ich sitze gerade im Dachgeschoss unseres Hauses, der wird genutzt, der Dachraum wird beheizt, das heißt, die thermische Hülle meines Hauses kann so laufen. Dann muss muss ich ein gedämmtes Dach haben. Wie das aussieht, sehen wir gleich. Wenn mein Dach jetzt sehr hoch ist, dann kann ich auch aufhören mit der Wärmedämmung und sagen, hier oben das ist kalt, das beheize ich nicht, das brauche ich nicht, das ist so ein Spitzboden, nennt er sich, den ich einfach nicht mit beheizen möchte. Je weniger Volumen Sie beheizen, desto energieeffizienter ist das Ganze. Und wenn Sie sagen, okay, diese Zwickel im Randbereich, die will ich auch nicht mit beheizen, die brauche ich auch nicht, dann hat man, letzten Endes kann ich an der Seite, die Abseite nennt sich das auch, Abseite, kann ich auch weglassen, dann muss ich die Dämmung da um die Ecke führen, dann reduziere ich auch wieder mein beheiztes Volumen. Das sind Varianten von ausgebauten sogenannten Warmdächern, die sind warm, die sind beheizt. Ich kann natürlich auch sagen, ich verzichte darauf, ich gehe mit meiner thermischen Hülle hier außen rum und mein Dach ist komplett kalt, kann ich auch machen, wenn ich es nicht brauche, wenn da kein genutzter Dachraum ist oder wenn ich zum Beispiel nur eine sehr flache Dachneigung habe und ich gar nicht die Höhe habe, um den Raum nutzen zu können, dann kann ich auch sagen, ich habe ein Kalt Dach, dann ist es ein rein statisches Dach, was den Regen ableitet, aber keine Wärmedämmung hat, keinen Innenausbau hat. Die Varianten gibt es bei Dächern. Und wir sehen dazu so Standarddetails aus, wenn mein Dach ein Kalt Dach ist, das ist jetzt hier links zum Beispiel der Fall, dann liegt die Dämmung vielleicht auf der Stahlbetondecke, linke Abbildung, hier ist dann wieder der Sparren und hier wäre dann ein sogenanntes Kaltdach, nicht beheizt, wärmedämmende Ebene, hier ist wieder der ganze Stein und hier die Wärmedämmung lückenlos verlegt, gleiches Prinzip, wunderbar, funktioniert, kann ich so machen. Jetzt gehe ich an eine andere Stelle und gucke mir den sogenannten Ortgang an, Ortgang ist da, nochmal als Erinnerung, wo ist der Ortgang? Das hier hinten ist der Ortgang, das ist also die Giebelwand, der Übergang der Giebelwand zum Dach ist der Ortgang, den gucken wir uns jetzt hier an, da schneiden wir durch, das heißt wir haben die Außenwand, geht über ins Dach, hier ist das jetzt ein Warmdach, also der Dach Bereich ist gedämmt, wir haben hier den Holz Sparren, da liegt der Holz Balken, dazwischen die Wärmedämmung, sehen das angedeutet hier, die Wärmedämmung, also gedämmte Dach Konstruktion, inhomogenes Bauteil, wie ist der Anschluss jetzt an die Außenwand, ein Wärmedämmendes Mauerwerk offensichtlich, die Dämmenschicht muss wieder durchgehen, das heißt ich brauche wieder hier eine Dämmung, ich brauche oberhalb eine Dämmung, die dann hier wieder in den Fachbereich übergeht. Ein beliebtes Detail, was auf der Baustelle oft vergessen wird, ist das Ding hier oben. Die Dämmung ab und zu vergessen und dann habe ich eine wunderbare Wärmebrücke, dann kann die Wärme nämlich da reingehen und hier nach außen abfließen. Da habe ich eine Wärmebrücke schlecht konstruiert, kann dazu führen, dass ich hier auf der Innenoberfläche dann Tauwasser kriege oder Schimmelpilz, weil die Oberflächentemperatur zu niedrig wird und ich habe größere energetische Verluste. Deswegen Dämmung muss lückenlos einmal und dann gibt es eine goldene Regel, wenn Sie überall mindestens 60 Millimeter Dämmung hinlegen, passiert nichts. Kommen wir bei Wärmebrücken aber nochmal zu. So, was gibt es noch? Es gibt natürlich auch noch Trennwände innerhalb des Dachraums, wenn also eine Innenwand zwischen zwei Zimmern im Dachraum vorhanden ist, die auch Schallschutz liefern soll, dann muss die in den Gefachbereich reinlaufen, beachten, dass die Wärmedämmung außen drum läuft. Was haben wir noch für Detailpunkte? Wir haben natürlich die grundsätzlichen Aufbauten, grundsätzlich verschiedene Aufbauten. Das sind jetzt Schnitt durch meine Dachkonstruktion. Wir haben in allen vier Beispielen die Dachbalken, die Sparren. Jetzt müssen wir hingehen und müssen die Funktionen, die wir brauchen, auch realisieren. Und eine Funktion ist eben die Wärmedämmung. Die Wärmedämmung, wo kann ich die hinpacken? Ich kann die zwischen die Sparren packen. Ich kann den Sparren Zwischenraum teilweise dämmen, wie hier dargestellt, oder ich dämme den Sparren Zwischenraum vollständig, dann ist das eine sogenannte Vollsparrendämmung. weil die Dämmung genauso dick ist, wie die Sparren hoch sind. Regelaufbau. Also links oben die Abbildung trifft man eher bei älteren Bauwerken. Ich kann die Dämmung aber auch komplett oberhalb der Sparren anordnen. Dann muss ich aber darauf achten, dann muss die Dämmung ja auch die statischen Lasten des weiteren Dachaufbaus, die Dachpfannen, die hier dargestellt sind, übertragen an die Sparren. Also das muss dann eine druckfeste Wärmedämmung sein, der rechten unteren Abbildung. Kann ich aber machen, gibt es. Nachteil, Vorteil, wie auch immer, ich sehe die Sparren von innen. Ich habe ein insgesamt dickeres Paket. Und wenn man sich die Häuser heutzutage anschaut, dann sind die Grundstücke gar nicht so billig, das heißt, die Gebäude sind nicht so riesig groß. Und dann verliere ich viel Dachraum, wenn ich so ein Dachpaket dann auf einmal 50, 60 Zentimeter dick mache. Und es ist auch nicht so unbedingt, nicht jeder ist so eine rustikale Ader, rustikaler Typ, dass man die Sparren auch wirklich sehen will von innen. Insofern ist rechts unten der Aufbau nicht so weit verbreitet, auch wenn er den Vorteil hat, dass ich nicht, also eigentlich ist das ein homogenes Bauteil rechts unten, ich habe eine durchgehende Dämmebene. Bauphysikalisch ist das das beste Bauteil. Aber nicht so häufig verbreitet. Oder ich kombiniere das, ich mache vielleicht die Dämmung komplett im Dachflächen, im Zwischensparren Bereich und ich gehe nochmal in den Innenbereich und ordne einen Teil der Wärmedämmung auch innenseitig an, in dieser Zwischenschicht. Warum habe ich da überhaupt so eine Ebene? Das hier das ist nämlich oft auch eine Installationsebene. Vielleicht wollen sie eine Steckdose da irgendwo einbauen, vielleicht wollen sie irgendwo einen Lichtschalter einbauen, vielleicht wollen sie irgendwo Kabel verziehen. Das kann man dann gut machen auf der Innenseite der Sparren. Warum? Weil ich brauche ja auch noch die weiteren Funktionen. Das Ding muss luftdicht sein, und zwar von der Innenseite luftdicht. Das heißt, ich muss irgendwo wenn wir über Feuchteschutz sprechen, und die kann eben auch, diese Folie kann auch da liegen. Das heißt, ich bin relativ frei, wenn ich so eine Installationsebene baue, mit dem Einbau von Steckdosen, von Verziehen von Elektroleitungen und so weiter, kann ich gut in dieser Installationsebene machen. Ein zweites Argument dafür ist, naja, wenn Sie sich mal vorstellen, inhomogenes Bauteil muss ja etwas schlechter sein, der U-Wert als ein homogenes Bauteil, weil Sie ja diese Holzelemente haben, die stören ja ein bisschen. Das heißt, wenn ich jetzt bei einem KfW-Haus 20 cm Dämmung bei einer Außenwand brauche, dann brauche ich im Dachbereich vielleicht 24 cm Dämm-Ebene, weil die Sparren ja noch da sind. Und 24 cm hohe Holzbalken, die gibt es, kann man machen, aber vielleicht ist es schlauer zu sagen, ich mache nur 20 oder 18 cm dicke Holzbalken und lege dann 6 cm auf 5 cm Wärmedämmung nochmal auf die Innenseite. Das ist vielleicht schlauer, weil so große Sparren sind statisch überdimensioniert, statisch brauchen sie die nicht. Statisch reichen 12 cm, 14 cm Sparrenhöhe, das heißt, den Rest des Sparrens mache ich nur wegen Wärmedämmung. Statisch brauche ich ihn nicht, aber ich kann es kombinieren und dann könnte ich vielleicht mit dem gleichen Materialeinsatz sogar noch einen besseren U-Wert hinkriegen. Also das sind so grundsätzlich verschiedene Aufbaumöglichkeiten, die ich bei Holzdächern habe, die dazu führen, dass das ganze Ding natürlich ein inhomogenes Bauteil ist und wenn ich ein sehr gutes Bauteil haben will, also ein U-Wert von 0,15 beim Passivhaus, dann werde ich den Holzbalken, den ich jetzt hier noch sehe, gar nicht mehr so gerne sehen, weil das ja eine große Wärmebrücke ist. Im Vergleich zur Dämmung leitet Holz die Wärme 6-7 mal besser ab als Dämmung. Statisch brauche ich das Ding nicht. Dann kann ich wechseln auf einen sogenannten Stegträger. Der ist aufgebaut eigentlich wie so ein Stahlträger, so in dieser I-Form Biegebalken Prinzip, Zug- und Druckzone, da brauche ich Material, oben und unten. Dazwischen habe ich den Steg, der Steg muss die Querkraft übertragen, also Schubkräfte übertragen und Normalkräfte übertragen, kann ich dünner machen. Das heißt, ich habe eine sehr viel kleinere Wärmebrücken Wirkung bei dem rechten Profil als bei dem Vollprofil links und kann auch mühelos entsprechende Konstruktionshöhen hinkriegen von locker 30 cm wo ich dann bei einem Massiv Balkensparren irgendwo passen muss. Der wird dann sehr teuer, unnötig teuer. Dann geht man eher auf diesen Stegträger im Bereich des Holzes und geht vielleicht noch auf eine zusätzliche innere zusätzliche Dämmschicht. So wäre ein Passivhaus Dach vielleicht aufgebaut. Also viele Möglichkeiten das Dach zu konstruieren. Es ist ein inhomogenes Bauteil. Auch das wird nicht anders gerechnet als das Beispiel Bauteil von eben. So dann will ich in der Regel irgendwie vielleicht Dachflächenfenster einbauen in meine Dachebene. Da gibt es natürlich vorgefertigte Elemente. Von Velux das kennen die meisten mit V geschrieben entsprechende Dachflächenfenster solche Schwingfenster die haben einen Einbaurahmen die müssen natürlich auch so konstruiert sein dass die Dämmschicht da auch durchgeht. Das heißt da gibt es eine Einbaulage einen Einbaurahmen wo dann auch das Fenster sitzt das sitzt in der Regel außen das heißt ich muss die Dämmung im Einbaurahmen mit um die Ecke führen ich muss die als Vorausblick diese luftdichte Ebene diese Folie die ich brauche muss ich hier innen wieder festklemmen also das sind alles standardisierte Details das gucken wir uns bei den Fenstern bei den Wärmebrücken nochmal detailliert an kein Problem ja also vom Einbau ich muss es nur sorgfältig durchführen das ist also auch entweder also wieder ein Thema für die Bauleitung dass die Folien alle richtig angeschlossen sind dass ich die richtigen Klebebänder verwende und so weiter aber an sich lauter standardisierte Elemente oder ich will sogar eine Gaube da drauf setzen also den Dachraum so ein bisschen nach außen stülpen da gibt es verschiedene Formen an Gauben die hier bezeichnet sind auch so ein bisschen also links oben durchaus übliche Formen Giebel Gaube oder Schlepp Gaube dann ist diese vordere Dachfläche so nach hinten gekippt auch wieder Satteldach hat den ist sozusagen das Fürst Dreieck senkrecht und wenn ich ein Wallendach habe dann ist der Fürst Punkt so ein bisschen nach hinten versetzt kann man sich das kann man sich das vorstellen ja das hier ist wirklich senkrecht dazu und hier gehe ich erst senkrecht und dann ein Stück zurück dann ist die das Giebel Dreieck sozusagen auch noch Dachfläche und ich habe jetzt hier wieder Sparren liegen ich habe hier Sparren liegen während ich hier keine Sparren im Giebel Dreieck habe dann ist das ein Satteldach das obere und das untere ist ein Wallendach jetzt kann ich noch weiter übertreiben ist nicht mehr ganz so modern aber ich kann das Ganze auch noch so konstruieren dass ich sage okay ich knicke erst ab einem gewissen Punkt nach hinten dann habe ich so ein kleines Giebel Dreieck hoffe dass man es irgendwie erkennen kann und habe dann hier wirklich in der Fläche in der Fläche wieder nur die nur die Wand stehen kann man sich vielleicht vorstellen hoffe es dann spricht man vom Krüppel Wallendach das ist ein Krüppel Wallendach rechts unten links unten das reine Wallendach links oben das Satteldach und das gibt es in Gaubenform natürlich auch in kleinen sozusagen das heißt die Wallendach Gaube wäre C Fenster Erker also es gibt da verschiedenste Begrifflichkeiten ja wobei die natürlich teilweise auch sehr ähnlich sind also wenn man jetzt E und B vergleicht dann unterscheiden die sich nur darin dass ich hier noch Glas Seiten Glas Wangen habe also da müssen sie ein paar Vokabeln sozusagen noch im Laufe der Zeit erwerben ansonsten ist das genauso auch eine Schleppgaube die E wie die B das weitere also die sogenannte Fledermaus Gaube das ist F ist mit aktuell würde ich mal sagen jetzt nicht mehr so häufig gebaut diese geschwungene Form oder auch oben der Dachreiter das quasi nochmal so ein Stück Dach oben raus piekst auch nicht mehr so häufig oder das Zwerch Giebel Zwerg Giebel ist quasi die Seite meines Hauses hier verlängert sich noch so ein bisschen nach oben kann man sich auch vielleicht vorstellen ich würde mal sagen das macht man nicht ohne Not das kostet alles Geld das heißt die gebräuchlichsten Gaubenformen sind eigentlich so A und B würde ich mal sagen C auch noch je nachdem wenn es ein Wallendach ist dann wird man vielleicht auch die Gaube als Wallengaube bauen der Rest ist ein bisschen exotisch also das sind Gaubenformen die werden auch zimmermannsmäßig also in Holz hergestellt relativ simpel eigentlich von der Kunst also relativ simpel vom statischen System aber das werden sie auch denke ich mal teilweise noch in Holz Baudern besprechen ja und wie das dann angeschlossen wird das sind dann alles Wärmebrückendetails die wir dann auch im Abschnitt C besprechen wenn es um Wärmebrücken geht klar eine Gaube mache ich wahrscheinlich erst dann wenn ich auch den Dachraum nutzen möchte und beheizen möchte insofern muss ich da auch die Dämmebene wieder um die Ecke führen so wie das dann für das Beispielgebäude aussieht das machen wir dann an anderer Stelle das ist wie gesagt das gleiche Kochrezept das wäre jetzt so ein Dachaufbau den ich mir vornehmen würde für mein Beispielgebäude da rechne ich den U-Wert mal durch das können sie für ihr Dach übernehmen oder bauen sich ein eigenes Dach zusammen das hängt vom Entwurf ab letzten Endes auch den sie dann vorfinden werden bei den Bauweisen finden sie auch natürlich Holzkonstruktionen und sie finden natürlich auch solche Passivhaus Außenwände und sie finden natürlich auch irgendwo kommen dann die Dächer hier sind Fenster jetzt geht es hier mit den Dächern los da ist das auch nochmal alles erklärt und einige Details dazu und exemplarisch dann auch wie sowas in Holz komplett aussehen könnte solche Details also Holz Außenwand Holz Dachstuhl oder auch in Mauerwerk wie so eine Traufe aussehen könnte jetzt mit allen Schichten zusammen wie ein Dach Dach überstand also außen vielleicht noch so ein bisschen Dach fortführen der Überstand auf der Außenseite im Bereich des Ortgangs zum Beispiel aussieht also so exemplarisch im Baukurskript einige Details dazu genannt und baufysikalisch ist es immer wichtig dass es lückenlos dass die Funktionen lückenlos angeschlossen werden können dass es baubar ist dass man es auch montieren kann dass man es auch revisionieren kann also nachschauen kann oder erneuern kann darauf sollte man dann auch immer achten also das immer so ein bisschen daneben legen klar wir berechnen erstmal nur den U-Wert der ganzen Konstruktionen aber wenn sie in der Bauleitung sind dann muss das auch umgesetzt werden wenn sie als Bauphysikerin später auch die Baukontrollen durchführen dann müssen sie auch die Details schauen also ist das Detailwissen an der Stelle auch nicht uninteressant so haben sie Fragen schlafen das da also wenn sie die und das dann ist das das Vielen Dank.